Schön leise, Nix. Hier kann man gut ein paar Kredits neben ihr machen, solange der Kompatier seinen Anteil anbricht. Diese Schicht bringt mich um. Der Kompatier kommt vorbei. Nehmt Haltung an. 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 Nix. Auf das FASTA. Ende. Ich habe meinen eigenen Hauptmann hergemacht. Ich war immer ganz vorne mit dabei. Nix. Tja. Jag das Fass hoch. Aber pass auf. Es ist Zeit für die Ablösung. Alles sauber. Scheint ist weg! Tja. Oh, Griff! Dem müssen wir nachgehen. Verstanden. Seht ihr was? Ich nicht. Nichts. Ist nichts. Hm. Moment mal. Scheint alles in Ordnung zu sein. Woah! Das hat sie mir als Ansehen. Tob dich aus, Nix. Hier ist nichts. Lass uns abrücken. Jawohl. Erstaunlich, dass Sie sich mit uns anlegen. Alles klar. Nix. Fass. Ich habe von einem Crimson Dorn geschehen, der sich in eines unserer Partei... Das wird schon wieder... Eindrängling! Mist, die haben uns gesehen! Alles klar. Ja! 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 Siehst du was? Dann los. Siehst du was? Ist jemand in der Nähe? Siehst du was? 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 Psst, schön leise kommen wir. Siehst du was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bist du bereit? Hey, ich glaube, ich bin in einer Art Das Tunnel! Darüber kommst du zum Wrack. Der einzige Weg hindurch ist mit dieser Gleitermot. Bacca, ich bin da. Was jetzt? Also gut, installiere den Energiekern und bearbeite ihn mit deinem Ionenblastermodul. Damit sollte die Tür einfach aufgehen. Der Kern kommt wohl hier hin? Schalten wir den Kern ein. Ha! Er hatte recht. Wow! Zieh sich das eine an! Bacca! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.